Willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial, heute zum Thema Dachrinnen. Ich möchte Ihnen heute hier zeigen, wie Sie die Längen der Dachrinnen problemlos, auch ohne Dachrinnen wirklich zu zeichnen, ermitteln können. Ich habe hier in diesem Bau schon die Fallrohre eingezeichnet. Das sind ganz einfache Linien. Die habe ich auf den Layer Fallrohr gelegt und den Stifthilfsobjekten einfach beibehalten. Wichtig ist, dass Sie den Layer zuordnen, weil der wird später in der Massenermittlung ausgewertet. Wir können jetzt auch noch die waagerechten Dachrinnen eintragen. Um die Traufe jetzt mit einem Linienzug abzufahren, schalte ich alles aus außer die Dachflächen. Das kann ich über einen Layoutladen machen, was ich vorher schon abgespeichert hatte. Nur Dachflächen. Neu zeichnen. Dann gehe ich in die Grundstellung und lege einen Linienzug an. Dafür ändere ich den Layer. Und zwar nenne ich den Rinne. Sage als User Layer speichern und schließe das Fenster und dann ist hier Rinne eingetragen. Jetzt kann ich den Traufbereich abfahren. Und ich wechsle wieder in die Massenermittlung. Jetzt wechsle ich es in die Massenermittlung. Grundriss, Dachwand, Decke, Angebot, Massenermittlung. Gehe in Summe und hole mir Linien nach Material und lasse die berechnen. Hier haben wir jetzt 59 laufende Meter Rinne. Jetzt können Sie auch noch einen anderen Wert zur Ermittlung der Trauflängen nehmen. Und zwar hier unter Dacheindeckung können Sie den Begriff Traufbohle wählen. Den schieben Sie in den Rechenbereich rüber. Und dann haben Sie hier 64,8 laufende Meter. Das sind die Meter, die hier bei den 5,5 Meter Schleppgaube dazukommen würden. Was Sie auch machen können, Sie können den Text auch ändern und sagen Dachrinde. Und dann können Sie die Dachrinde hinüber kopieren. Wenn Sie jetzt auch noch wissen wollen, wie viele Eisen Sie an die Sparren anschlagen müssen, gehen Sie hier auf Dach. Und lassen sich die Anzahl der Sparrenköpfe anzeigen. Auch hier sind Sie natürlich wieder frei, den Namen zu ändern. Haben Sie erst einmal eine für Sie vollständige Liste angelegt, können Sie diese speichern als Layout und das Layout auch später wieder laden. Und natürlich auch sofort in Word oder Excel ausgeben lassen, sodass es druckbereit ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen Tag und viele Grüße aus Bergisch Gladbach. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.